Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet seid. Und jetzt geht's los. Hallo, herzlich Willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Manuel am Abend, Freunde. Ich stelle euch mal hin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Neue Folgen mal am Abend. Herrlich, was? Ja, nur zur Info. Die Folgen sind vorproduziert. Also wundert euch nicht, wenn mal, ja, es so scheint, als würde ich gar nichts Neues machen. Die Folgen sind vorproduziert, deswegen wundert euch nicht. Ich versuche, auf jedes Kommentar so weit wie möglich einzugehen. Aber aktuell produziere ich momentan ein bisschen was vor. Falls mal was ist oder ich mal krank bin oder was auch immer passiert, habe ich ein paar Sachen im Voraus. Das heißt, ich kann auch mal eine Woche nichts machen und brauche mich nicht darum zu kümmern, dass Manuel am Abend kommt, ja. Ich werde jetzt nicht jeden Livestream direkt mit live gucken, ja. Aber trotzdem gibt es auch einige, die ich schaue. Ich versuche möglichst jeden Livestream von Manuel am Abend, also jede Premiere auch zu schauen, damit ich auch direkt in den Chat antworten kann oder halt antworte ich in den Kommentaren, ja. Mal am Abend, Freunde. Nochmal herzlichen, herzlichen Dank, dass auch noch immer wieder Kommentare kommen. und nochmal herzlichen, herzlichen Dank, dass ihr immer so zahlreich einschaltet. Es kann sein, dass jetzt ein paar Windprobleme sind, aber ich hoffe, ja, dass es für euch nicht viel zu sagen hat. Mal am Abend, Freunde. Jeder Abend in Mal am Abend wundern sich natürlich auch welche. Es ist ja auch gar kein Abend. Es ist doch über Tags. Ja, ich weiß. Aber es hat auch ein bisschen andere Gründe. Ja. Wenn man vorproduziert, kann das schon mal vorkommen. Mal mache ich eine Folge abends, mal nachmittags, mal mittags. So wie ich Zeit habe und wie es passt. Deswegen ist das halt manchmal so. Mal am Abend, Freunde. Ja. Ich nehme euch nochmal an die Hand und gehe nochmal in die Richtung. Ja. Und Hör mal, Hör mal, Hör mal. Es kann doch mal rauschen, Hör mal schön. So. So, mal am Abend, Freunde. Ja. Wie gesagt, ein neuer schöner Abend oder neuer Tag. Die Sonne brennt. Ja, ich habe gerade ein T-Shirt runter. Aber da, wo ich gleich wieder hingehe, da ist es ein bisschen kühler und deswegen habe ich das erstmal noch gelassen. Und für die paar Minuten, die ich kurz draußen bin, geht das. Und ja, mal am Abend, Freunde. So ist das. Man sollte sich auch euch in den Augen schauen, wenn man mit euch redet und nicht woanders hingucken und weiterlaufen. Ja. Ich gucke mich natürlich auch ein bisschen um. Ja. Warum? Weil, ja, ich muss auch ein bisschen aufpassen. Aufpassen in dem Sinne, ich gucke ja auch manchmal, was ich so treibe und mache. und ja, Mannlamm haben Freunde. So ist das manchmal. Wie gesagt, ist der Tag schön. Super. Und man kann sich nicht beklagen. Ja. Auch wenn ich nun hier stehe, trotzdem danke ich fürs Einschalten heute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Hier zur neuen Mal am Abendfolge. Also macht's gut und Ciao. Ciao. Da da da. Oh no. Da 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 Vielen Dank.